Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Taylor und heute bin ich hier für euch in The Warwolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy aus einem Schatz und zwar habe ich das einmal schon hier mir erspielt, Spinnrad der Webe Vandalen. Und was macht das? Holt ein Spinnrad raus, um einen Schwung der rubischen Spulen zu färben. Das lernen wir einmal und dann setzen wir das auch ein. Achso, in der Druid-Fluggestalt geht das nicht. Oh, das sieht cool aus. Seht ihr das? Wir haben hier wirklich so ein Weberad und dann fliegen diese ganzen Spulen raus. Wir können es uns gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Hat nur eine Minute Abklingzeit, wo kriegen wir das her? Naja, ich bin hier oben auf den Koordinaten 78, 33 und dort ist es so, dass es einen Schatz gibt. Den habe ich schon gelootet, da ist es rausgekommen. Und um diesen Schatz öffnen zu können, müssen wir quasi drei Webespulen einmal besorgen. Die sind hier einmal auf den Koordinaten 74, 37, einmal auf 72, 39 und einmal auf 74, 42. Also die liegen da einfach rum auf dieser Plattform. Und wenn ihr die lootet, dann sehen die halt so aus. Das sind so Stofffetzen. Wir können da mal an so einen Spot hinfliegen. Da ich die jetzt hier gelootet habe, liegen die halt dann nicht mehr. Was passiert, wenn ich die wegschmeiße? Kann man die nochmal looten? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, die kommen nicht. Also die liegen quasi einfach hier dran. Da gibt es so einen gelben Pool, da liegt die gelbe Spule dran. Hier bei dem roten Tisch die rote. Und dann bei dem hier violetten Gedönse, meine auch hier auf dem Tisch, war die violette Spule. Die sammelt ihr auf. Und wenn ihr dann quasi die aufgesammelt habt, nochmal hoch zu dem Turm, wo wir eben waren. Ne, also hier hoch. Und dann könnt ihr die Kiste aufmachen. So, jetzt würde ich sagen, tun wir das Ding hier nochmal testen, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Dann können wir es uns nochmal ein bisschen genauer angucken. Ja, sieht schon cool aus, ne? Hat schon tatsächlich was. Schade, dass es nur so kurz aktiv ist. Ja, das war es eigentlich schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfarmen. Achso, wir sind übrigens in der Zone der Aschka-Head, falls ihr das nicht gesehen habt, ne? Da könnt ihr euch das Teil holen. Juti, dann sind wir durch. Habt mich vor, dass es dabei war. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.